Mein Düsentrieb Gamma-Röhren-Teleporter hat nicht genug Energie, um Sie zu Merlocks Tempel zu schicken. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Wir brauchen nur ein bisschen kosmische Energie. Wenn Sie das Gamma-Wetter-Messgerät an den drei höchsten Stellen der Welt anbringen, haben wir alles, was wir brauchen. Klingt einfach nicht? Im Moment kann ich Sie nur zum Entenberg schicken. Man sagt, sein Gipfel wäre unerreichbar. Aufregend! Finden Sie zuerst meinen Roboter-Scout-Helferlein. Er hat wichtige Daten gesammelt. Ich werde alles von hier aus verfolgen. Sie können mich daher jederzeit um Rat fragen. Viel Glück! Oh, Jutta! Ich werde alles von hier aus. Ich werde alles von hier aus. Oh, Jutta! Oh, Jutta! Das ist schon mal hecht! Oh, Jutta! Oh, Jutta! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und man kann sie sogar für Ferngespräche nutzen. Hier sind ein paar nützliche Tipps. Bildschirm aus! Oho, Sie wurden getroffen, Herr Duck. Und Sie sind nicht besonders gut gelaunt, oder? Sie sind jetzt im Modus ärgerlicher Donald. Suchen Sie nach Power-Ups, um in bessere Stimmung zu kommen. Und seien Sie vorsichtig. Wenn Sie noch einmal getroffen werden... Oh, arme Desi. Bildschirm aus! Das ist etwas seltsam. Ihre Neffen haben eines ihrer eigenen Programme auf meinem Computer installiert. Jedes Mal, wenn Sie fünf Zahnräder in weniger als einer Sekunde sammeln, erscheint ein Buchstabe des Wortes SPEZIAL auf meinem Bildschirm. Ich frage mich, was das soll. Vielleicht können Ihre Neffen es Ihnen erklären. Bildschirm aus! Bildschirm aus! Bildschirm aus! Bildschirm aus! Bildschirm aus! Bildschirm aus! Gute Vorstellung! Sie sind wieder der glückliche Donald, den ich kenne. Das kommt, weil Sie einen Milchschick gefunden haben. Das sollten Sie sich merken. Bildschirm aus. Wow, meine Sensoren zeigen an, dass Ihnen Orangensaft mehr Energie verleiht. Jetzt sind Sie im Modus Super Donald. Nutzen Sie die Chance, um neue Sachen auszuprobieren. Man weiß ja nie, vielleicht können Sie jetzt durch Wände gehen. Bildschirm aus. Die Chance, um neue Sachen auszuprobieren. Gut gemacht, Herr Dack. Sie haben goldenes Garn gefunden. Damit können Sie meinen fabelhaften Kostümwechsler benutzen. Eine meiner Erfindungen hier in der Werkstatt. Sie können ihn benutzen, wenn Sie drei Stück goldenes Garn gesammelt haben. Bildschirm aus. Bildschirm aus. Bildschirm aus. Okay! Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020